Eine noch und das ist 59. Ein kleines Zwerglein ging im Wald spazieren. Mit seinen kleinen Trippelfüßlein lief es über das Moos. Es hatte was verloren und suchte und suchte. Es war sein kleines Zwergenherz. Das kleine Zwergenherz lag irgendwo im Moos. Er konnte es nicht mehr finden. Was mache ich jetzt bloß, sprach das Zwerglein. Da kam eine dicke Mücke angeflogen. Und was hatte es in der Hand? Ein Täschchen. Und in der Tasche, was war da drin, ist doch klar. Die Mücke hatte das Herz gefunden. Auf dem Weg hat er es doch verloren gehabt. Und die Mücke hat es gefunden, hat es ihm gegeben. Und der Pus steckt es wieder da rein. Und das Leben war glücklich. Und wer jetzt findet, dass das eine Quatschgeschichte ist, hat vollkommen recht. Aber das macht nichts, weil es hat Spaß gemacht. Und das macht nichts. Und das macht nichts. Und das macht nichts. . Und dann, wenn ich die ... ... ... ... ... ... ... Ist alles? Alles? Alles?